Hallo und herzlich willkommen im Winkhaus Partnerportal. Lernen Sie hier die neuen Online-Services kennen und erfahren Sie, warum Sie Ihnen als Fachhändler das Leben leichter machen. 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Wenn es um Zutrittsorganisationen geht, sind die Winkhaus Locking Services Ihr neuer digitaler Anlaufpunkt. Hier fließen alle Daten und Werkzeuge zusammen, die Sie rund um Ihre Schließanlage brauchen. Vielleicht kennen Sie noch das Vorgängersystem OOS. In unserem neuen Tool steckt jetzt noch sehr viel mehr. Die Winkhaus Locking Services, kurz WLS, begleiten Sie im kompletten Prozess rund um eine Schließanlage. Vom ersten Angebot über das Erstellen von Schließplänen bis hin zur Schlüsselnachbestellung. Sie kennen das. Per Papier und Post werden Aufträge rund um Schließpläne schnell aufwendig und kompliziert. Auf diesem digitalen Weg vereinfachen Sie es immens. Umgehen Fehlerquellen beim Übertragen, automatisieren Prozesse, führen Daten zusammen und sind einfach deutlich schneller. Das freut natürlich auch die Kunden, die von verkürzten Lieferzeiten profitieren. Sparen Sie Zeit, indem Sie Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen nutzen. Fordern Sie nach der Auftragserfassung mit einem Klick Angebote an und freuen Sie sich über attraktive Rabatte für alle hier erfassten Aufträge. Ist Ihr Team international? WLS ist selbstverständlich in mehreren Sprachen verfügbar. Und keine Sorge, das Ganze braucht keine neue Software, Installation oder lange Schulung. Sie finden alles unter Winkhaus Locking Services im Winkhaus Partnerportal. Absolut bedienfreundlich und selbsterklärend. Kurzum, die neuen Winkhaus Locking Services vereinfachen und beschleunigen Ihren gesamten Prozess rund um Ihre Schließanlagen. Profitieren Sie als Fachhändler von diesem wertvollen Service. Ein wichtiges Thema, Angebot zur Erweiterung bestehender Anlagen zu erstellen, gehört zu Ihrer täglichen Routine. Diese Funktion unterstützt Sie dabei. Das Blättern in Preislisten kann für Sie ab sofort zur Vergangenheit gehören. Hier bekommen Sie direkt Ihren Einkaufspreis und die entsprechenden Rabatte angezeigt. Das geht sehr schnell, ist immer top aktuell und jederzeit abrufbar. Ob an Samstagen im Geschäft oder für eine schnelle Preisauskunft an Kunden vor Ort. Für Ihre Angebote haben wir verschiedene Vorlagen vorbereitet. Wählen Sie das passende aus. Das Angebot geht aus unserem System direkt per E-Mail an Sie raus. Natürlich können Sie die Datei auch in Ihrem System ablegen. Besonders praktisch Schließpläne erstellen, Bestellungen aufgeben und Preise einholen. Das alles erledigen Sie jetzt in einem System auf einer einheitlichen Oberfläche. Das ist einfach, gut für die Übersicht und spart wertvolle Zeit in der Angebotsphase. Nutzen Sie als unser Fachhändler diesen kostenlosen Service. Melden Sie sich noch heute an. Wann kommt meine Bestellung? Habe ich alles korrekt geordert? Die Auftragsverfolgung gibt Ihnen darauf schnell Antworten. Mit diesem Service bekommen Sie mit einem Klick eine komplette Übersicht über all Ihre Aufträge. Verfolgen Sie in Echtzeit, ob ein Auftrag bereits bearbeitet ist, ob er sich schon auf dem Versandweg befindet und wann genau er geliefert wird. Bestimmen Sie, ob Sie nur offene oder auch bereits bearbeitete Aufträge ansehen möchten und filtern Sie nach Auftragszeitraum oder Auftragsnummer. Sie haben gerade keine zur Hand? Das ist überhaupt kein Problem. Dann können Sie ebenso einfach mit Hilfe Ihrer Bestellnummer oder der Anlagennummer den entsprechenden Auftrag suchen. Auch Auftragsdetails lassen sich hier einsehen. Fazit. Die Auftragsverfolgung macht den Status Ihrer Aufträge sichtbar. Jederzeit, minutengenau und übersichtlich. Damit können Sie Lieferzeitpunkte genau einschätzen und Ihre Planung deutlich einfacher und effizienter gestalten. Immer all Ihre Rechnungen im Blick. Das macht die Rechnungsverfolgung möglich. Erhalten Sie eine Liste all Ihrer Rechnungen und den jeweiligen Status dazu, ob gezahlt, offen oder überfällig. Genauso komfortabel und übersichtlich, wie Sie es von vielen Online-Shops bereits kennen. Filtern Sie Ihre Rechnungen nach Zeiträumen oder Status. Laden Sie die Rechnung auf Wunsch herunter und speichern Sie diese lokal für sich ab. Dabei können Sie immer sicher sein, dass alles auf dem neuesten Stand ist. So wird die Rechnungsverfolgung für Sie Online noch einfacher und übersichtlicher, ganz ohne Papier. Die Preisermittlung individueller Produktkonfigurationen ist eine zeitintensive Angelegenheit. Mit diesem neuen Tool finden Sie dank des neuartigen und übersichtlichen Layouts jeden Preis. Schnell und einfach. Aus all unseren Artikeln können Sie die relevanten Bruttopreise für Ihr Sortiment herausfiltern und alle anderen ausblenden. Legen Sie den Fokus nur noch auf die von Ihnen verkauften Produkte. Finden statt suchen. Die Bruttopreislisten bleiben auch bei einer Vielzahl an Artikeln und Varianten sehr übersichtlich. Sie bieten Ihnen schnelle Orientierung und Preisermittlung. Auf tiefer gehende Produktinformationen und Dokumentationen müssen Sie trotzdem nicht verzichten. Per Link im PDF gelangen Sie zu weiteren Produktinformationen, dem Produktdatenblatt. Und auch beim Format haben Sie die Wahl. Nutzen Sie Ihre Bruttopreisliste als Excel, PDF oder Online-Ansicht. Also nie war es so schnell und einfach, Ihre eigene Bruttopreisliste zu erstellen, die mit sehr hoher Datenqualität, Klarheit und Aktualität überzeugt. Profitieren Sie jetzt von diesem neuen Online-Tool im Partnerportal. Eines ist für Ihre tägliche Arbeit sehr wichtig, stets bestens informiert zu sein. Genau die Produktinformationen, die Sie benötigen, immer dann verfügbar, wann Sie sie benötigen und immer auf dem neuesten Stand. Das bietet unser Online-Produktkatalog. Wir haben alle unsere Artikel aus den drei Produktbereichen für Sie in einem übersichtlichen Online-Katalog zusammengestellt. Die Facetten- und Freitextsuche hilft Ihnen dabei, immer das zu finden, was Sie suchen. Die Zeiten, in denen man mühevoll in den gedruckten Katalogen nachschlagen musste, gehören damit endgültig der Vergangenheit an. Hier sind alle Produktinformationen immer aktuell. Da können Sie sich sicher sein. Das bedeutet, Sie müssen sich nicht mehr fragen, ob der vorliegende Katalog dem neuesten Stand entspricht. Es gibt hier technische Informationen, Produktbilder und Beschreibungen. Alles ist nur eine kurze Suche entfernt und kann von Ihnen bei Bedarf auch heruntergeladen werden. Selbstverständlich können Sie diese Daten auch an Dritte weitergeben. Alle Informationen im Online-Katalog sind übersichtlich und sinnvoll strukturiert und außerdem in unterschiedlichen Landessprachen verfügbar. Das Besondere ist auch, dass er nicht für sich steht, sondern mit unseren zahlreichen weiteren Services verknüpft ist. Alles wird aus einer Quelle gespeist und Sie können sicher gehen, dass man überall mit den gleichen Daten arbeitet. Die Informationen in unserem Online-Katalog sind so aktuell und detailliert, dass auch wir bei Winkhaus ihn bei der täglichen Arbeit nutzen, um beispielsweise technische Spezifikationen zu Artikeln zu finden. Und ein kleiner extra Vorteil für Sie als Fachhändler. Wenn Sie einen eigenen Online-Shop betreiben, besteht die Möglichkeit, dass Sie unsere Daten und Artikelbeschreibung für Ihren eigenen Shop einfach übernehmen können. Alles mit nur wenigen Klicks. Das ist also der Online-Katalog im Winkhaus Partnerportal. Alle Informationen zu jedem Artikel von Winkhaus gesammelt an einem Ort. Jederzeit online verfügbar und zum Download bereit und dabei immer auf dem neuesten Stand. Es gibt also viele praktische und kostenlose Services im Winkhaus Partnerportal, die Ihre tägliche Arbeit effizienter und einfacher machen. Und dadurch, dass wir das Portal und seine Funktion ständig weiterentwickeln, sind Sie auch für die Zukunft bestens gerüstet. Melden Sie sich noch heute an und überzeugen Sie sich selbst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017